Das Schönste ist eigentlich so der erste Moment, wo man reinkommt und die ersten Augen schon so Geschichte, ja stimmt. So dieses, ich bin gespannt, was jetzt kommt, aber sie sind ja auch gespannt. Nur wissen sie das gar nicht, dass ich auch jetzt mit einem kleinen Bauchflimmern einige. Schule ist für mich ein Lebensraum, total viel Verantwortung, auch für die Zukunft. Schule ist für mich multikulturelle Vernetzung auf höchstem Niveau. Vor allem als Junglehrer, Junglehrerin ist ein gutes Kollegium oder der ein oder andere Ansprechpartner ist allerwichtigste in meinen Augen. Und ich darf auch ganz viel mir abschauen, was total fein ist und was mir auch irgendwo so ein bisschen bestätigt in meinen Annahmen. Ich darf aber auch ganz viel ausprobieren. Dass nämlich auch die Toleranz da ist, dass ich neu bin oder eben noch ganz frisch bin, total verrückte vielleicht auch Ideen habe, aber das ausprobieren darf und auch der gegenseitige Respekt, der ist extrem gut.